Grüezi, fix noch mal Pumuckl! Pumuckl! Was laber ich da für einen Scheiß? Jetzt ernsthaft. Ab und zu muss ich mir die Kugel geben. Sockies Hörspiele. So! Gott, das war schlecht. Uuuuh, da war der Kugel! Die Krone, die ich auf habe, habe ich nicht verdient. Leute! Ich habe ihn irgendwie... Mitte! Mitte! Das ist zwar Mitte, aber keiner von uns steht hier! Doch, ich! Oh! Doch, doch! Crazy! Oh, du Drecksau! Kann ja nicht sein! Du Drecksau! Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal! Oh Gott, nein! 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 Warte, wandel! Und wieder zurück! So, ich hab den... Nein! Der Badwood hat sich mit einem Noss gestohlen! So, ich geh vor! Nein! Jetzt ist der... Nein! Und wieder zurück! Und wieder zurück! Und wieder zurück! Ich habe ihn nicht! Ich will gar keinen Noss ab! Kann ich jetzt echt ausfragen! Ich bitte! Oh ja! Mitte! Ja, das Mitte! Sehr sowieso bitte! Oh, super! Oh, super! Oh, super! Oh, super! Oh, super! Oh, super! Schön! Ich soll! Ist doch super! Kann ich das besser sein! Doch! 2-0! Wäre besser! Ja, 3-0 wäre noch geiler! Ja, 3-0 wäre noch geiler! Ja, Leute, 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 Leute! Da kommt's doch! Ich hab' mir in die falsche Richtung gelenkt! Ah, jetzt! Ich komm' von der Seite! Und hopp! Super! 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 Bad Boy! Ach, komm! Wer kickt mich denn da weg? Ich hab' ihn irgendwie! Irgendwie! Ich hab' ihn irgendwie! Gestern was anders! Was? Was gestern? Keine Ahnung, was du laberst, mein Freund! Was redest du? Was laberst denn? Was laberst denn? Es ist schon wieder spät beim Zock! Ja, bitte! 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 Ja, bitte! Ich hab' ihn abgebremst, Leute! Ich komm' noch mit ihm nicht ran! Und! Der blaue auch noch! Moment! Moment! Ich muss erst mal wieder richtig zum Ball stehen! Fack jetzt! Ja! 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 Sehr schön! Ja! 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 Sehr schön! Ich hab' sie alle weggefahren! Na, schau! Mal eh den! Super! Super! Ja, ist Bodyguard und Türsteher und ich weiß nicht noch irgendwas! Und alles zusammen! Bodyguard und Bodyguard und Bodyguard! Jetzt kommt der Mitte! Oh! 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 Was ist immer mit der Mittellosen? So mehr rechts! Ich weiß nicht! Ich will es nicht! Rechts! Rechte Seite! Rechte Seite! Der ist voll in der Mitte! Der Ball bleibt in der Luft! Was ist denn los? Wow! Oh! 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 Der geht drüber! Dreh dich! Dreh dich! Dreh dich! Dreh dich! So, ich komm schon wieder von hier an! Oh, ich hab' ihn! Irgendwo ist er! Also! Uh! Kommt er jetzt! Fliegt der gut? Kann das sein? Nein! Ja, ich hab'n! Mitte! Ja, 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 ja! Na, Mitte! Das ist leider zu schnell für mich! Wow! Irgendwer kickt mich vor! Ja, das war ich! Er läuft! Crazy ist nieder... Er hat keine Geduld! Er muss mich gleich vorkicken! Ja! Stopp! Jetzt ist er Mitte! Oh, komm! Ich hab' keinen Plan mehr! Jetzt kommt er bitte! Warte mal! Warte! Er kommt bitte! Extra! Warte mal! Warte mal! Betsy! Bitte! Ja! Oh Gott! Ich bin dran vorbei! Idiot! No! Egal! Oh Gott! Egal! 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 Das kriegen wir nicht hin! Das kriegen wir nicht hin! Unmöglich! Entding die Unmöglichkeit! Und... Wo ist der Ball? Fack! Fack! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Oh! 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 so war ich wollte aber ein Ziel an wenn sie sich nicht einfach mal in der Welt wir haben es ist uns gut aus der Welt das war mal vor ein paar Monaten auch gesagt dann ist noch mal was passiert Ah, die fangen wir alle in den Arsch an. Alter, der Typ, der... Fuck it! Nein! Die Verlegerung! Oh Mann, und mich hat da ein Typ da festgehalten, siehst du das da am Eck da hinten? Ja, hat er. Alter! Was haben die doch jetzt geplant? Das Ferkel. Das Ferkel da unten, ah ne, Farclay heißt es. Warum hüpfe ich dran vorbei? Weil es leckt. Leckt mich doch. So, vor wieder. Weil... 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 No! Wir gewinnen das nicht. Oh, wir haben so nachspielzeit. Okay, nachspielzeit. Okay, leckt mich doch. Ich dachte, ich wär schon drin! Oh nein, ich bin verhofft. Oh 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 oh! Nein! Nein! Ball im Tor! Weg vom Tor! Weg vom Tor! Weg vom Tor! Das kann sie nicht sein! Komm jetzt, gib Gas jetzt! Nein, ich führ uns rüber! Was machen wir denn? Nein! Keine Chance! Weg da jetzt! Was legt's das so? So, Leute! Wo ist der Ball? Vor! Ja, Crazy, du machst das! Du bist unser Mann! Wenn du es nicht kannst, dann... Fancy Boy! Ja, keine Ahnung! So, bitte, hör mal! Und! Dreifachshalto! Rückwärts! Oh yeah! Perfekt! So lieb ich mich doch! Neun Punkte hoch! Oh, das sieht wieder besser aus! Neun Punkte hoch! Neun Punkte hoch! Ich schalte immer wieder denselben Blödsinn frei! Ich weiß nicht, wieso! Die sind denselben! Vielleicht für andere Wegen! Ich glaube, für jeden Wagen musst du das einzeln freischalten? Ja, stimmt! Ja, genau! Ja, stimmt schon! Die Muster und so musst du für jeden Wagen machen! Wirklich? Ja! Aha! Ja, dann hätte ich bei einem bleiben sollen, damit ich mal bei einem alles habe oder so! Jawohl! Ne, du kriegst auch mit einem anderen Wagen random Sachen! Aha, okay! Ab ihn! Wo hast du ihn? Wo hast du ihn? Da vertraue ich ihm! Da vertraue ich ihm! Ach, wir sind blau! Ich dachte gerade! Ja! Wir sind blau! Bad Wood! Was soll das heißen? Wir sind blau, oder? Ja! Nein! 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 Oh, wie der Crazy noch so rein stupst, verstehst du? Stupst! Einfach nur rein stupsen! Ja, natürlich! Der muss rein in die Kugli! Danke! Er springt doch noch, weißt du, damit es richtig Schmack ist hat! Das war das falsche Tor, oder? Ah ja! Wir sind ja blau! Stimmt! Und das auch im Spiel! Hau doch da! Aua, der fährt mir schon wieder hinten rein. Los, Leute! Das ist bitte. Nein, das ist doch nicht mehr. Ja, ja, ja. Gott, es leckt immer so. Ich krieg's nicht mehr hin, wenn ich der leck. Oh, es geht voran wieder. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wow. Nein, zu spät. Nein. Dann schießt die wieder ein, oder? Oh Gott, ja, natürlich. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab auch solche Chancen, aber dann leckt's einfach und das ist einfach lächerlich. Ich kann nicht mehr ran, ich hab da nicht bergten im Speed. Ja, wir haben noch vier Minuten. Ja, das ist... Um 8-0 zu verlieren. Vor. Ich bin vor. Ich glaub eh, das war möglicherweise auch noch. Ja, Ektor, super. Super, Eertrud. Wieso hab ich Vorlage bekommen? Warum so gar nicht? Keine Ahnung, aber... Wie viel zum Teufel hab ich Vorlage bekommen? Ja, du hast ihn doch... Ja, du hast ihn vielleicht erst... Du hast ihn nicht einmal berührt? Ich weiß! Er hat ihn nicht einmal berührt. Ich weiß! Du bist halt nah dran gestanden, deshalb. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ich... Ich nehm halt an, dass das schon so eine Reaktion haben wird. Ah, kickst mich doch nicht weg, Leute. Sack'nmal! Was ist das? Oh, verdammt. Nicht so brutal. Oh, voll dran vorbei. Oh, warte, 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 warte. Ja, was leckt das so für ein Blödsinn? Wo ist der Fall? Das war ich. Hau den, Lukas! Ich schieße es mit ein! Verdammt! Das war die senkrechte Mitte. Vor, 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 fahren, vor, fahren! Leute, 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 Leute! Ja, wir sind vorne. Oh, oh! Ja, sieh da, bitte! Ich verfallt! Zu Glück! Oh, mein Gott, das ist ja... Fuck, es leckt so... Es leckt so der Masse ab und zu schien. Ich fahr'n ja schon! Ich fahr'n ja schon! Ich krieg' kein Oss mehr! Oh, ich hab was... Komm, jetzt, Unterball! Yesa! Unsere Chance, unsere Chance, Leute! In Betsy einfach vorkicken. Das muss ziehen. Ah, Betsy hat nur unter die Mitte! Na, das war über das Tor drüber! Ja, aber drüber, Entschuldigung, das war zu viel Spannes. In die Mitte, in die Mitte! Das ist ja lächerlich, Leute, in die Mitte! Du hast mich zu hart angeschubst! Du hast der Schubser! Ja, genau! Genau, natürlich! Und jetzt... Der Friede, der Friede zugehört。 Oh, Jah, Jah, yeah! Oh, yeah, ja, je, 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 ja! Der kommt mit! Der ist drin! Ich! Ich hab neu geschossen! Ja, weil ich ihn gar nicht mehr berührt hab. So gut jetzt. Oh! Nice! Ich hab ihn nicht verwischt! Balli! Na doch! Oh Gott! Moment! So, bitte! Oh! Einfach dran vorbeigezischt! Oh Mann, die haben Noss! Die haben Noss! Ich hab auch Noss! Dann nutze es! Ah, ich nutze schon! Nutze die Macht des Nosses! El Nossos! Ja, Bats Boy! Ich bin tot! Nein! Das darf ja nicht wahr sein! Ich cheat! Nein! Ich war noch dran! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Oh fuck! Ich gebe ihn auch noch so richtig schön Bass! Bats Boy! Bats Boy! Scheiße! Scheiße! Das ist 139! Ey, ich bin heute am Eck gestanden! Hat er die Rakete gemacht? Der Typ hat die Rakete auf alle Fälle gemacht! Aber wer schickt man denn da gerade eine Einladung in die Party? Daniel Hero 1111! Daniel Hero 1111! Daniel Hero 1111! Daniel Hero 1111! Den kenn ich irgendwoher, den hab ich auch! Schickt man dauernd eine Einladung zu einer Party, zweimal! Party oder Community? Oh nein, bitte nicht! Party! Okay, ich hab nämlich von dem eine Community, glaube ich, einladung gemacht! Ah, verdammt! Ich bin gesprungen! Da ist er! Da ist er! Den rücken wir nicht! Läuft, läuft, läuft! Eine Minute noch! Eine Minute noch! Ich tu ihm in die Mitte! Wer ist da? Oh ja! Crazy! Super! Oh ja! Sehr gut in der wichtigen Zeit! Da! 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 Wie ich ihn so anstupse die ganze Zeit! Weil ich Angst hab, weil es zu leckt, ne? Trau ich mich nicht wirklich mehr was machen! Oh yeah! Noch ein Tor! Wir müssen Führung ausbauen! Führung ausbauen! Oh ja! Komm bitte! Ja, komm bitte! Ja, da bin ich! Bin ich! Ja, jetzt kommt er nicht mehr wieder! Hat dann abgefallen! Oh man! Jetzt kommt er auf unsere Seite! Nein! Was ist denn das Neue eigentlich mit dem Community-Ding? Nein! Oh fuck! Warte das jetzt! Sehr gut, Leute! Beruhigt euch ein bisschen! Sehr gut, Leute! Beruhigt euch ein bisschen! Ich mein, ihr geht's da ab wie Schmitz Katze! Echt jetzt? Geht, 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 geht! Das ist ja ein Wahnsinn, hey! Warte mal! Ruhig Blut, Leute! Sonst werden's hier keine 30 mehr! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich lege unter dem Ball vorbei! Das ist ja nicht mehr normal, hey! Echt jetzt lächerlich! Was ist denn los? Es reagiert nicht mehr so wie ich es möchte! Es reagiert einfach nicht mehr so! Oh ja! Warte mal! Warte mal! Ja, wir haben es trotzdem! Und 10 Punkte raus! 11 Points! Wir haben zwei Menschen hintereinander gebraucht! Gibt's denn sowas? Nein, wir haben schon mehr hintereinander gebraucht, aber jetzt gerade im Moment sind es zwei! Ja! 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 Ja!